Ja, da drück ich mich. Ach so, du hast nur das. Hallo, wir haben jetzt ein Provisorium. Du hast jetzt viel. Bitte deine Hände. Hallo. Da hast du jetzt ein Provisorium. Aha, super. Cool. Nehmt dich? Ja. Aha. Aha. Ah, super. Cool, super. Ja, genau. Ja, genau. Do you see, Gene? What? Oh, eine andere Handel? No, eine andere, eine Chester Proofium. Ja, genau. Ja, genau. Mal auf. Mal auf. Mal auf. Mal auf. Mal auf. Mal auf, mal auf. Schmack auf. Mal auf. Mal auf. Mal auf. Mal auf, mal auf. Ganz du krhirn. Talen, das ist schon。 Ach so. Kobeite rein. Es ist kein Alkohol mit dir. Nein? Hat er gesagt? Es ist schwer. Was ist schwer? Es ist nur mit Alkohol. Möte Fäckchen. Es ist da auch nicht gewiss. Nein, bitte auch nicht. Ja, bitte auch nicht. So. Licht verdorben. Licht. Pimpel, oder? Warte? Warte. So. Ich hab das Blaschen hier in der Abbrücke. Was? Was ist denn eigentlich passiert? Wie kann das eigentlich passieren? Du, ehrlich. Das ist mit Gewalt passiert. Ja, das sieht man. Wie? Gini. Warte, bitte. Wirst du da ganz ein neuer Griff kaufen? Nein, du musstest jetzt hergehen. Der Typ hat immer noch nicht zurückgegriffen. Wahrscheinlich vom Eltern haben. Aber da brauche ich doch keine neue Kräfte. Kann man doch das ersetzen, was da innen abgebrochen ist. Nein, du? Nein, du? Nein, du? Oder du darfst essen? Vielleicht essen. Vielleicht essen, oder? Vielleicht essen, oder? Und die eine Tür, wo du zwei Tage später weg bist, hab ich die eine Tür schon wieder nicht mehr kippen können. Jetzt muss ich seit zwei Monaten immer mit einer Tür schlafen, wo ich nicht mehr zur machen kann. Weitere Zung. Dass ich sie nicht mehr mit einer Tür schlafen mache. Ich gebe es mal mit einer Tür schlafen, wo ich bei einer Tür schlafen möchte. Das ist nur anders. Aber in meinem Alter ist die Tür. Ist jemand schwer, der es nicht mehr kippen würde. Ich werde das mal gerne nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Three months almost now, you know, he promised to do that for me in March, and now it's almost August now, so he's really demanding, you know, oh, oh, his phone is ringing.